Original Multiple Choice – eine Aussagenkombination Und diese Aussagenkombination lautet Sie haben bei einem Patienten den Verdacht auf eine schizotypische Störung nach ICD-10. Welche der folgenden Symptome stützen Ihren Verdacht im Rahmen der Differenzialdiagnose? 1. Der Patient erscheint kalt und unnahbar 2. Ausgeprägte Ideenflucht 3. Antriebsschwäche 4. Misstrauen 5. Denken und Sprache vage, gekünstelt und umständlich Wenn wir uns zunächst mal wieder kundig machen, so ein bisschen schlau machen über das, was eine typische schizotypische Persönlichkeitsstörung sind, dann haben wir zum Beispiel hier die Website therapie.de, da ist das ja professionell beschrieben, also dass man einen guten Überblick hat, einen guten Lernstoff hat, den man im Screenshot verarbeiten kann als Mindmap oder sich einfach seine Notizen daraus macht und das auch laut sich immer wieder erzählt und memoriert und natürlich immer wieder durcharbeitet, aber man durchaus genügend Grundlagen hat, um mit dem Stoff umgehen zu können und ihn zu erlernen damit. Wenn wir zunächst mal die Übergänge zur Normalität anschauen, schizotyper Persönlichkeitsstil, also in dem Sinne zur schizotypen Störungs- oder Störungsmöglichkeit, bei einem schizotypen Persönlichkeitsstil, der einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung ähnelt, Achtung, nur ähnelt, aber weniger stark ausgeprägt ist, sind die Betroffenen besonders sensibel. Sie messen vielen Ereignissen, Dingen und Personen in ihrer Umgebung eine besondere emotionale Bedeutung zu, die nichts mit den tatsächlichen Gegebenheiten zu tun hat. In zwischenmenschlichen Beziehungen reagieren sie sehr empfindsam und fühlen sich in Gesellschaft anderer eher unwohl. Oft wählen sie kreative, künstlerische Berufe, zum Beispiel als Maler oder Schriftsteller und so weiter. Welche Symptome sind aber typisch für eine schizotypische Persönlichkeitsstörung? Nach den Kriterien des DSM-4 oder DSM-5 besteht ein tiefgreifendes Muster sozialer und zwischenmenschlicher Defizite, das durch eine mangelnde Fähigkeit zu engen Beziehungen und akutes Unbehagen in Beziehungen gekennzeichnet ist. Außerdem kommen Verzerrungen bei der Wahrnehmung und beim Denken und eigentümliches Verhalten vor. Die Störung beginnt im frühen Erwachsenenalter und zeigt sich in unterschiedlichen Situationen. Es müssen mindestens fünf der folgenden Kriterien erfüllt sein. Die Betroffenen haben Beziehungsideen, das heißt, sie beziehen Dinge und Ereignisse auf sich, die in Wirklichkeit nichts mit ihnen zu tun haben. Dies ist jedoch nicht so ausgeprägt, dass man von einem Beziehungswahn sprechen würde. Zweitens, sie haben seltsame Überzeugungen oder magische Denkinhalte, die ihr Verhalten beeinflussen. Diese stimmen nicht mit den Normen und Vorstellungen überein, die in ihrer eigenen Kultur üblich sind. Zum Beispiel sind sie abergläubisch oder glauben an Hellseherei, Telepathie oder einen sechsten Sinn. Bei Kindern und Heranwachsenden können bizarre Fantasien und Beschäftigungen vorkommen. Drittens, sie haben ungewöhnliche Wahrnehmungserfahrungen. Dies können auch Illusionen sein, die sich auf den eigenen Körper beziehen. Viertens, ihre Denk- und Sprechweise ist seltsam, zum Beispiel vage, umständlich, metaphorisch, übergenau oder Stereotyp. Fünftens, die Betroffenen sind argwöhnisch oder haben paranoide Vorstellungen. Sechstens, ihre gefühlsmäßigen Reaktionen sind unpassend oder eingeschränkt. Siebtens, ihr Verhalten und ihre äußeren Erscheinungen sind seltsam, exzentrisch oder merkwürdig. Achtens, sie haben keine oder fast keine engen Freunde oder Vertrauten außer Verwandten ersten Grades. Schließlich neuntens, sie haben eine ausgeprägte soziale Angst, die auch mit zunehmender Vertrautheit nicht abnimmt. Diese hängt eher mit den paranoiden Befürchtungen zusammen, als mit der Angst, von anderen abgelehnt zu werden. Im ICD-10 ist es ein bisschen anders gelagert und gehört zu dem Bereich F2, also Schizophrenestörungen. Natürlich sind die relativ verbreitet auch in der Bevölkerung, also mehr als man vielleicht annimmt von der Prozentsatz her. Es gibt Schätzungen, die von 1 bis 2 bis 3 Prozent jeglicher Bevölkerung ausgehen. Soweit mal diese Recherche zu der Frage. Zurück zu der Frage. Verdacht auf Schützetype Störung. Da ist zunächst mal die Alternative drin. Erstens, der Patient erscheint kalt und unnahbar. Das ist ja diese emotionale Grundproblematik. Das heißt also die Sehnsucht nach dem Emotionalen, nach dem tiefen Verbindenden, dem Gefühl an sich. Und dann aber eben diese absolute Scheu, tatsächlich das Emotionale anzunehmen. Also diese Gespaltenheit mit dem Emotionalen unmittelbar und unbefangen umzugehen. Und insofern erscheinen diese Patienten tatsächlich kalt und unnahbar. Also richtig. Eine ausgeprägte Ideenflucht ist nicht vorhanden. Das haben wir dann zum Beispiel bei Suchtkrankheiten wie meinetwegen Ecstasy oder anderen Sachen, wo man tatsächlich Ideenflucht hat oder bei einer bipolaren Störung oder bei einer vor allem manischen Störung. Die Antriebsschwäche, die vorhanden ist, lassen wir erst mal so sein. Das ist also nicht der Fall. Das hätten wir eher jetzt bei einer Schizophrenie, bei einer Schizophrenia-Simplex beispielsweise oder einer psychomotorisch verursachten Schizophrenie, wo wir wenig Antrieb haben. Also insofern falsch, die drei. Viertens, das Misstrauen kann durchaus vorhanden sein. Und schließlich fünftens, denken und Sprache, vage, gekünstelt und umständig. Das haben wir eben auch gerade festgestellt. Also die Alternativen eins sind richtig. Der Patient erscheint kalt und unnahbar. Die Alternative fünf, denken und Sprache, vage, gekünstelt und entsprechend da und natürlich dann auch das ausgeprägte Misstrauen ist vorhanden. Das heißt also, wir haben hier die Eins, die Vier und die Fünf, die richtig sind und damit im Schlüssel unten die Alternative C. Die Eins, Vier und Fünf sind richtig für die Symptomatik einer Schizotypenstörung nach ICD-10 bzw. DSM-4 oder 5.